Guten Tag, herzlich willkommen auf diesem Freitag für den nächsten EGUTalk. Im Europaparlament wurde im Februar nicht mehr zu Straßburg auf dem Siege getan. Die Worten werden elektronisch gemacht, perspektiv per E-Mail. Die Schomba als Nationalparlament wurde zu Lützeburg den Notstand konfirmiert. Dann trifft sich Low am Circle, alles mit der notwendigen Distanz an Zeiten von Corona. Wir wollen heute gucken, wie Eisvertretungen für Eis, Bürgerinnen und Bürger, funktionieren an Zeiten von Corona. Wie ich sie hier wohlholen, an der Kontrolle von der Exekutive, wie sie auf einen legislativen Plan für hochschalten. Ich freue mich, dass wir diesen EU-Talk, eine Kooperation mit der Schomba zu Lützeburg präsentieren können. Ich freue mich auch, dass wir schon als Präsident den Fernand Etchen heute mit dabei und der Matthias über die Frau zu diskutieren. Nun auch die zwei Europa-Deproteer, Isabelle Wiesela-Lima an Charles Görans dabei, an den Professor, den Kolonialog Philippe Porrier von der Uni LÜ. Wie immer gibt es diesen EU-Talk moderiert und animiert, von Jonathan Franchant, von Eisenbüro, vom Europaparlament. Hier hat er noch auch die Möglichkeit, über Zoom, respektive über Facebook oder per E-Mail auch hervor nach Land zu gehen. Ich freue mich, ob die Diskussion mit ihr ist. Damit alle Guten, an Jonathan Bruchselo. Ich muss merci Christoph und auch von meinerseits herzlich willkommen und froh, dass ihr dabei seid. Und ich meine, wir sind ganz, ganz gut besagt für dieses Sujet zu beschwetzen. Und zwar das Sujet effektiv, weil Parlamente an Krisenzeiten, wie man sie aktuell hören, funktionieren, wie sie ihre Kontrollfunktionen bauen wollen. Ich erinnere mich, dass der Philippe Porrier ja oft titulär ist in der Schärde Recherche von dem Institut Parlamentär von der Schamber. Und ich möchte das auch als Universitär genau richten, für das Sujet zu beschwetzen. Und ich gehe an der Schmutz, die jetzt alle gut auf der Aktualität gucken, ob die Aktualität die letzte Woche am Parlament zu Brei soll beschwetzen. Und zwar wird Ursula von der Leyen hier den Recovery Plan von der EU vorgestellt. Und du nennst das ganze Jahr über Zürich, weil wir jetzt darüber reagieren lassen. Und zwar geht es durch eine Menge Summe von 740 Milliarden Euro. Die sollen verbunden sind mit dem EU-Haushalt, das Multi-Annual Financial Framework für 2021 bis 2027. 500 Milliarden, von denen 740 brauchen nicht zurückzugehen. Das sind einfach Zuwendungen und Länder für eine wirtschaftliche Covid-Krise. Und 240 Milliarden sind Kredite, die dann in den Rückbezug-Krise gehen sollen. Und das sind Kredite, die für alle Länder gehen. Wir denken in Italien, Sprünien und Frankreich, die ganz, ganz ruhig von der Krise betroffen sind. Und zentral für die Verdehlung von dem sogenannten Wiederaufbauinstrument für die nächste EU-Generation soll ein... Also, das ist schwierig, das macht die ganze Zölle. Also, wer tut den Wiederaufbauinstrument, soll das alles koordinieren. Auch darüber werden wir schwarzen, wenn wir ein paar Parlamente spielen. Noch ganz kurz aus Erklärung, noch über den Verlag in unserem Gespräch. Philippe Quartier versteht Lützebäuer. Ich werde euch aber auch von der Zeit antworten. Und wenn andere Intervenoren sprechen, wir sprechen über Lützebäuer. Und da fangen wir Lützebäuer an, mit Isabel Wiesler-Lima, Ladies First. Schon Lützebäuer genannt, das ist ein Vierschlag von der Kommission. Aber Lützebäuer kommen Parlamenter anspielen, vor allem das Europäische Parlament. Auch das Nationalparlament spielen oft eine Rolle. Und der Konsei, das ist Lützebäuer, spielt legislativ seine Rolle. Also, aus dem Vierschlag, was wird Lützebäuer dann real entstehen? Und wen seid Lützebäuer konkret erarbeitet als Deputat aus? Danke, Herr Furt. Danke für das Organisieren, von dieser Seance. Also, ich wollte kurz nach kurzem Druck kommen, ob der Adalogist gesagt hat. Also, es stimmt, dass die 500 Milliarden sollen als Abventionen weitergehen wollen und kleiner. Und dass die 240 Milliarden sollen nach Form für Prä und kleiner gehen. Die 750 Milliarden müssen aber gelinken um Marsch, der Tests, die Europäische Institutionen, der Europa geht die Sohne auf der Marsch alleine. Und die Sohne müssen auch Schrittbezüge. Das ist ja eine ganz Schwierigkeit. Weil, am Fong geholt, dass das hier gemerkt ist, kann das an einen euphorischen Zustand bringen. Und zwar haben wir keine Euphorie am Parlament. Es bleibt sich froh, dass das gemerkt ist. Es ist ein ganz neuer Paradigmus, den wir anfangen wollen, als Europäer. Aber die Euphorie ist nicht da. Und es ist eine Euphorie, dass es nicht da ist, wenn wir einstens die Situation als ein Mensch schwierig sind. Wir wissen nicht, ob die Menschen genug sind. Wir wissen nicht, wie wir die neue Investitionen geben. Und wir wissen auch nicht, wie wir sie zurückbezüllen. Und das macht sich so eine Unsicherheit, die nicht agriabel ist. Dafür ist auch die Frau von den Ressourcen, diese Mitteln. Und da ist es auch noch nicht klar. Wir wissen, dass wir sie brauchen, weil wir wollen die Sohne zurückbezüllen. Die müssen ja zurückbezüllen gehen. Sie sollen zwar nicht 2024 zurückbezüllen gehen. Aber sie müssen zurückbezüllen gehen. Aber wenn wir sie wollen zurückbezüllen, brauchen wir die ehreiche Ressourcen. Weil sonst gehen sie zurückbezüllen von einem Budget. Und dann haben wir ein Mann zu suchen. Ein Mann zu einem Budget. Und das ist da wenig die Schwierigkeit, weil der Recovery Plan ist ja ganz flott genannt, der Next Generation. Denen ist dann aber auch obligiert, für das auf die Aktivisation zu setzen, auf den Green Deal zu setzen, für wirklich Zukunftsplan zu machen. Und nicht, die Sohne so zu investieren, dass sie dann noch fort sind, um die Zukunft gesichert zu sein. Weil dann haben wir nicht mehr einen Next Generation Recovery Plan, sondern haben wir einen Next Generation Shoulder Plan. Das ist extrem wichtig, wenn man da die Suche ausgehen kann. Und das muss wirklich sowohl auf der Green Deal Zukunftsvision an, auf das digitale. Und ich muss auch sagen, wenn ich gesagt habe, was du hier gestaltet hast, ich gesagt habe, dass du für den Green Deal, wenn du wirklich dafür gesucht hast, dass das verankert wird. Par contre, als es was digital ist, nach lange nicht gut genug. Da muss man wirklich als Parlament gucken, dass man in welche Richtung aber können gehen. Meier können gehen, jedenfalls. Schade Görens, in der Türchen, wie geht ihr denn? Ja, absolut. Das ist immer direkt über die Tisabelle Wieselig-Meetheit. Absolut afersternd. Wir sind effektiv an einer total neue Logik, dass die Echtigkeit der Kommission für Brechstel so alleine geht, das wäre ein bisschen quasi anerzucht. Wir können also Meislichkeiten für den Tretter large auszulegen. Wir haben es Meislich zu machen, dass es auch gut, dass es nicht das Zweck ist, in der Türchen wird es ein Triple E. Es kann ja auch ein Triple E, wie wir es nicht krengschulden, also dass keine Krianz, die durch die Sohe-Reklame hat, dass es auch keine die Echtigkeit der Europäische Union handelt hat. Als zweitens hat er ein Vantage, dass das nicht bei nationalen Schuld gerechnet wird. Frankreich kennt zum Beispiel in den nationalen Hilfsprogrammen nur auf 110 Prozent Schuld. Italien weicht darüber. Deutschland kennt in den ersten Jahren, in den 85, 90 Prozent. Mehr kommen in den 30 Prozent. Die Sohen, von denen die Isabel Wieselig gespeichert wird. Die kommen in einer Form von Subventionen, oder prä- und kleineren Hilfsprogrammen. Also die 500 Millionen, die sollen in einer Form von Subventionen, in einer Form von Subventionen, in einer Form von Subventionen kommen. Milliarden. Die belasten nicht die Ratio öffentliche Schuld für ein Land, bei einem Prozess, das ist nun national brut. Aber die 250 Milliarden, die sie sollen gelinkriegen, die kommen, die werden aber durch eine Rechnung gestaltet. Wir als Parlament wollen viel mehr weit gehen. Und je gemengt 2000 Milliarden wird das, was ungerüstet wird. Aber wir wollten die integral in einer Form von Subventionen kommen. Wir halten mal fest, erstens, dass durch Zusammenarbeit für Frankreich und Deutschland das Heimat der Sterne gekommen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Madame von der Leyen in den zwei Staaten so aufgesichert wird. Zweitens, dass da ein Blick für weiterzukommen an der Frodo, an die anderen, die noch mehr retizent waren, Abort zu holen, müssen nach einer Front von den sogenannten Vrugel vor. Das sind die Staaten, die anfangen, überhaupt nicht zu tun zu machen. Die mengen zu den Ausschliesslich... Ist der Reich, Dänemark, Schweden. Ist der Reich, was schnitt zu schweigen, dass wir einerseits, als I besprochen, zu sprechen über seine Responsabilität von Ischgl. Sie hoffen von Ischgl aus praktisch haben wir in Europa infiziert. Darüber werden wir noch zu schweizen kommen. Das wird zu den Konsequenzen kommen. Aber ich habe fest, dass da ein Gutscheher ist, dass es die Weg auch in die Europäische Union soll erschlagen. Ferner Ötchen, wie gesagt, nationale Parlaments müssen auch alle hier in der Wahl gehen für den Plan. Welche Rolle wird Schaber spielen? Ich erinnere mich noch darüber, dass wir zusammen mit anderen Parlamentspräsidenten, unter dem der Franzischen, Richard Ferrand oder ein Italiener, auch schreibe es mal in der Schriftung heute, wo die ich für Corona-Wand angesagt habe. dass der Package, den Ursula von der Leyen letztes Woche vorgestellt wird, etwas, was für ihr schon in die richtige Richtung geht. Ich denke, dass europäische Besucherinnen, die sind immens wichtig, weil dadurch, ob ein transnationales Problem, auch ein transnationales Antwort kann, von allem, was steht, zu schauen, darf man nicht gemeinsam weiterkommen. Es geht natürlich nicht nur, zu sagen, zu machen, die helfen, die müssen auch von ihrem Ziel kommen. Schaber als all-europäisch-Programm hat angewunden, die aktuellen Besüren in Heilung natürlich herzsächlich zu brechen, diese Idee hat, war das auch gut so. Also, die Schaber, nach nie, dafür prädiert, dass europäische Kompetenzen sollen auf nationalem Niveau ganz hoch zugehen. Nationalparlamenten haben einen richtigen Abfluss, aber bei Subsidiarität auch gebt. Die sollen die EU aber nicht ausbremsen. Die Kommissionen, in der Schambe, noch besonderes ist, mit der Kommission des Affaires étrangères und Europäen, wird sich bei denen einen neuen Text von den europäischen Institutionen über die Lanz und die Besüren, die die Schuhe zu reparieren, befassen. Ich meine, die soziale, kulturelle, eine Gesundheitssekte sich selbstverständlich auch stärker betroffen. Die heute den Brief aufgesprochen hat, den ich zusammen mit den anderen europäischen Parlamentspräsidenten rausgeschickt habe. Ich meine, du hast es eins als Parlamentspräsidenten darum gegangen, zu einer Streichung, wie wichtig, dass die EU ist, dass so wie ein Brief zustande kommt, dass das an der parlamentarischen Welt nur aber kein so ein außergewöhnliche Initiativ Parlaments, das in auf ganz verschiedene Weise, ganz eng, was den Nepal plasht, ganz regelmäßig können zu so Kulturen, das in Niveau Kulturechamper, vom Rörebrief und die interparlamentarische Assemblée im Märzgebiet wird zu unterstreichen, dass gerade nur die europäische und internationale Kooperation indispensabel ist. Die Diplomatie Parlamentar als ein integraler Bestandteil von der parlamentarischen Erbicht, die Lehre von den Ehren, die Schaffenssümmen, die gemeinsam Kochen, die gemeinsame Massage, wir setzen das an, ein ganz unterschiedliches Urlass, ganz oft aber auf europäische Dossier, weil auch Parlamenter ein breit Kraft sind, die europäische Konstruktion zu verbleiben. An diesem Brief haben wir vielmehr eine große Solidarität geführt, eine Erinnerung betreffend Finanzen im Kontext von der Covid-19. An der END war die Kommissionspräsidentin einer Sprache nach Parlamentar eine ganz große Bedeutung zu spielen. Schauen wir die an diesem Dossier vielleicht Spruch haben für ein durabes Wirtschaftsorientiert an solidarische EU-Politik genau in die Richtung schenkt die EU-Kommission offen zu gehen. Für ein krank Land ist wichtig, dass die EU stärker funktionieren und während der Krise mit EU und die viel eng Kontakte an der EU hatte man richtig viele Probleme zu bekommen. Die Krise wird nach viel mehr in der mentale Rolle spielen. Das geht nicht um Wirtschaft . EU wäre auch ein politisches Projekt zu passen mit Indopien. Auch ganz besonders dass die EU weiterhin ihre demokratische Rolle schützt, und münsche resten und freiheit. schützt, aber Europa wird nicht komplett schützt. Ja, auf die exit strategie von der Krise wird noch zu schwarzen kommen. Denn Charles Görans hat die sogenannten Ich frage die Frage zu Philippe Poirier. Ich frage die 4 Frugos. Wir haben gehört, dass die Chambre des Däputs auf Luxemburg ist ein sehr unterstütztes von diesem Plan der Relanz, die Olaf von der Leyen hat gesagt. Wir sind nicht sicher, wie Sie 4 Päis sind. Wie Sie denken, dass Sie 4 Päis se comporten in den Négociations des Poiriers? Wie Sie gesagt haben, dieses Plan der Relanz ist auch schon eine Art des Kompromiss zwischen den Positionen, die in den ersten Jahren waren, die 4 Päis frugos und die Päis im Süd, viel mehr Impacten bei der Krise liet zur Corona-Virus. Der Pact von der Leyen, der EU Next Generation, ist bereits ein pas allant in den zwei Positionen, ich will nicht sagen, Radicale oder Extrême, sondern in den zwei Positionen sehr divergentes. Das ist ein Punkt. Natürlich muss man das in eine Forme des Trident. Das ist ein Punkt, wenn ich mich so formuliere. Das ist ein Punkt, der Plan der Relanz von 750 Milliarden, die, wie wir an den Europäischen Union haben, zu beurdecken, auf die Europäische Marker auf den europäischen Marken, und in dem Zeitpunkt, dass diese Ereignisse sind auch, dass diese Ereignisse werden, oder zumindest von den Etats-Membraten, von den Etats-Membraten. Das ist das, wo der Spiel beginntet. Das heißt, die Ereignisse von Europäen, da wird er gewonnen, aber die Ereignisse von den Etats-Membraten, das werden diese Partei-Membraten. Das ist ein 1er Punkt. Und das Ziel des Parlaments nationals, dass sie frügel oder nicht frügel sind, ist essentiell. Der Luxemburg, wie in den anderen Parlamen, unterstützt den Plan, aber auch in den anderen Parlamen werden vielleicht nicht das machen, oder zumindest werden sie zusammengestellt. Wir haben nichts für den Moment. Es gibt auch, wie wir rappelieren, dass die Etats-Membraten, die Ereignisse von den Etats-Membraten können auch, bei den Parlamen, werden nicht frügel sein. Und das Etats-Membraten, in der Tat-Membraten-Mbraten, weil die Ereignisse von den Parlamen in der Tat-Membraten, in der Tat-Membraten, in der Tat-Membraten-Mbraten, die Ereignisse von der Tat-Membraten, die Ereignisse von der Tat-Membraten, die Ereignisse und den Ereignisse. Das ist vielesig besser. Die zweite Partei des Tribundes, die wir noch noch nicht heute haben, ist, wie wir das BCE, der Tat-Membraten, im Einweserken. Die Reignisse von den Betten-Mbraten, die können auch in der Tat-Membraten, auf dem Moment 2015, mit dem Plan Traillier auparavant. Das ist ein 2. Plan du Trident, der, an einem Moment, wird die Parlaments-Nationale interpeller. Und der Debatte wurde bereits initiiert. Er hat auch, die Kurs-Supprämme untertitelt. Die Kurs-Supprämme, die Kurs-Supprämme untertitelt. Das ist die 2. Partie des Trident. Und dann ist die 3. Partie des Trident. Die Städte haben auch ihren eigenen Plan des Relanz. Und diese Plan des Relanz, sie müssen, d'abord, fassen Sie, bei Rapport des Planes des Relanzes der Europäischen Union. Und dann gibt es ein Mechanismus, wo der Conseil und die Kommission können diese Plan des Relanzes aufs Etats-Nationen sehen. Und dann sieht man die Europäische Union und die Städte. Und dann gibt es die Plan des Relanzes aufs Etats-Nationen. Und dann wird das große Diskussion in den Parlaments-Nationen. Und dann sieht man schon, dass es die Diskussion in den Spanien, 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 nur noch ein paar Beispielen. Und dann ist es die Möglichkeit, die Städte haben, dass die Präume der Rapport des Relanzes der Europäischen Union und die Städte haben, dass die Städte haben, dass die Städte haben, dass die Städte haben, dass die Städte haben, Aber wenn wir diese drei Parteien des Tribans haben, können wir nicht verstehen, ich nenne es nicht ein Spiel, aber den Räumen und den Kontrollen des Parlaments. Es geht darum, auf europäische Ebene, und es geht darum, auch auf europäische Ebene. Herr Gurent, ich möchte erst einmal sagen, dass du in deinem Buch-Fank-Statement gesagt hast. Die hat von Ischgl geschwäht, und wenn er auf Facebook gesagt hat, dass wir eine Enquete-Kommission lancieren, für effektiv zu analysieren, wie sich den österreichischen Staat, oder auch Land Tirol, die in Portalen hört, und vielleicht auch dazu beigetragen wird, dass sich das Virus mehr verbreitet wird, hat Kenten. Die hat dann auch eine Relation, wenn man da gesagt hat, dass Loh-Echster-Reich ganz aufbremst, direkt für so Pläne verlassen, die aber selber auch nicht direkt Verantwortung wird, über die Erde weiß, wie das Virus verläuft. Also, erstens, die vier Länder, die Frau Gale, frügel vor, dass die Länder, die sind absolut nicht auf der Höchst von der Responsabilität, die die Islamisten nationellen, in dieser spieler Zeit, und geteilt werden, für gröfteschend Ost- und Westen, zuzuschädchen, respektiv für Nord- und Süden, wenn man das nicht hinkriegt. Und dafür sind ich, vielleicht besser mehr optimistisch für den Herr Poirier, dass man das hinkriegt. Bei den Schiedfrieden, das beste Gedanke mich, über die Zukunft von seinem eigenen Land, der weiß, dass dann, was auf die Dorf wurde, dann kann man europäisch gehen, oder wir gehen gemeinsam ändern. Die, die am meisten von Europa alle brauchen, sind Robo gewesen, an denen die Mengen der Kräfte aus dem Süden rauskommen, die sind auch Robo gewesen, dass die anderen ändern gehen. Also, ich meine, in dieser Ansicht, mich zu stößern, am jubigsten August, September, Zeit für den Plan der Relanz zu gehen. Das ist zu Österreich. Das hat mich so unwahrscheinlich daher, dass das Österreich einerseits eine Responsabilität hat unter Verbreitung vom Virus, weil es nicht frei genug der Alarmklacken gezündet hat. Während andere Staaten schon so tun, je rund ein paar die Revenants von Ischgl, die rund einsten Virus. Martinbrösch, das sind ein paar die Skandinavische Staaten, annehmen. Die sieben Erststaaten, die ganz stärkere Partei, von der Absence von Responsabilität von Österreich, in Deutschland, will dann nur den Spatz im Mund machen, weil die Konsequenzen von der Krise, die sie verursacht haben, zu bekämpfen. Also, ich hoffe, dass es die Enquete-Kommission gibt. Gewiss kann ich nicht von einem Land verlangen, dass es sagt, dass es nach keinem ist. Für die Wissenschaft haben von mir keine Antwort gehört. Das ist nicht das. Mit dem, was damals konnte, gewusst ging. Aber es hat müssen gewusst und thematisiert ging. Da hat die Österreicher ein Ersicht und nur für mich nicht wäre es notwendig, dass die Enquete-Kommission auf das Europäische Parlament planiert, wenn es ein Partei alliiert hat, sich für das zu machen, dann hätte ich mich noch kontaktiert, und ich fand, dass das eine pertinente Abbranche für alle Land zu seiner Responsabilität und seiner Responsabilität zu erinnern, besonders in Österreich, in diesem Fall, absolut vertiefst werden. Isabel Wiesler, jetzt sehe ich ja immer Krisenzeiten sind die größte Zeit für den Exekutiven. In euren Krisenzeiten sind es vielleicht noch mehr wichtig, dass die Parlamente ihre Konsultfunktion nachkommen. Du willst über das Beispiel sprechen, das hat man im letzten EU-Tal darüber gesprochen, nachdem in Ungarn geht es um das annehmen, sie haben ein Etat d'urgence rekrété, ohne Verfallsdatum also nennen kann es ich sagen, ohne ein Deadline aufgehört werden. Das wäre aber nur der Fall Sinn, das hätte sich etwas getan. Die Werte, wo wir darüber beschweren, hat ja eine ganz, ganz ferme Position, vis-à-vis Viktor Orban auch seine Politiker in den letzten Jahren. Wo sind Ungarn nur fairerweise so, dass man vielleicht Panik hat? Ich gebe das nicht zu. Denn den Aussagen sind ganz schön die Richtige. Und das ist nicht gut, wenn man das dahinter setzt. Das geht ganz demokratisch schriftlich, dass die Kontrollfunktion des Parlaments soll nun nicht garantiert und dass ein Etat d'urgence eben nicht nicht so viel mehr als es ist, dass es ganz klar begrenzt ist. Ich muss aber effektiv sagen, dass sie den aufgeben. Was wir noch feststellen, weil das an den Vitrinen gesagt hat, das ist ja richtig, wenn wir vorgestalten, ob sie hängen oder nicht, dass Herr Orban sich zurückbehalten wird. hoffen, dass die Kontrollfunktion die Kontrollfunktion die genau gucken, wird dann von den verschiedenen Ländern als mesuren, ganz genau nachgucken, ich werde wirklich gucken, freuen, wie es mit den mesuren ist. die Zeit und die Zeit Donauers. Was sind die Sachen, die dann an regeln. Und Ungarn ist es so, dass man nicht klärt, die die Marke machen, dass Herr Orban sich nach verschiedenen Rechten beibehalten wird. Überhaupt muss die Surveillance wirklich gemerkt, wir sind in Europa nicht an die Kontrollfunktion, die demokratie ausmacht. Wir wollen pouvoir, wir müssen auswählen, weil das funktioniert in der Gesellschaft nicht. Wir wollen eben Kontrollfunktionen fündig, dass wir in einem Rechtsstaat bleiben, dass wir in einem demokratischen environnementen bleiben. Thierry Poirier, ist dass der legislator in Europa ist in in den Parlement nationalen Europäen. ist er wird er er in Das ist, dass wir nachdem, nach dieser Krise haben, dass wir nicht nur in Luxemburg, sondern auch in vielen anderen Ländern, sondern auch in vielen anderen Ländern, oder wie Isabelle Wiesler-Lima-Lebrunnen, dass wir die Krise-Korren haben, dass wir die Krise-Korren haben, dass wir da können, wie wir die Krise-Korren haben? Ja, bevor wir die Corona-Krise, wir sind in den systemen, der Parlementarismus-Rationalisierung, das ist, dass es principalmente den Regen, in einem des Etats-Members der Europäischen Union, der ist der Maître der Legislatur, in sehr große Partei. Das bedeutet nicht, dass der Kontrolle des Parlements nicht über die Regenste nicht über die Regenste. Aber es muss gut verstehen, dass die Mehrheit der politiken und die Projekte der Europäischen Union die in den Parläufen der Europäischen Union kommen vom Regensteil des Regensteils. Das ist eine Tandung für eine Quartanze von Jahren, oder mehr. Also mit dem Coronavirus, wir haben, vor allem mit dem Fall, mit dem Tag der Hongrie, dass die Regensteil des Regensteils, oder die Regensteil des Regensteils, oder auch in der Lage, in der Lage, in der Lage, in der Lage, Frau Wiesler, profitent der Krise zu versuchen, zu stärken, zu stärken, oder zu stärken, zu stärken, die Parlemente und den Kontrolle parlementairen. Das ist wahr, in den Ländern, in der Europäischen Union und Orientale, Das ist interessant, dass die Länder und die Parlemente nicht reagieren. Das ist alles, die gleiche, die gleiche, in der Lage, in der Lage, die Anlage, die Anlage des Regensteils, die Anlage des Regensteils, die Anlage des Gordes. Donc là, on exerce vraiment un contrôle sur l'action du gouvernement. Mais on l'exerce parce que le contexte politique le permet aussi. Le gouvernement espagnol n'a qu'une majorité parlementaire relative. Donc vous voyez, cela dépend des majorités relatives ou des majorités absolues sur lesquelles s'appuie un gouvernement. Dans le cas de l'Allemagne, on a vu au début de la crise qu'il y a eu quand même une sorte de mini-conflit entre le Parlement et le gouvernement sur qui décrète l'état d'urgence. Pourtant, la majorité parlementaire, elle est solide autour de Madame Merkel, mais in fine, c'est quand même le Bundestag qui a dit, c'est à moi de décréter, de voter l'état d'urgence et pas au gouvernement fédéral. Et puis, vous avez dans d'autres pays, à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'extérieur de l'Union européenne, comme la Suisse par exemple, où ils sont, j'allais dire, entre deux, c'est-à-dire un contrôle parlementaire qui peut être renforcé, et puis qui peut être déforcé dans certaines matières. Bien entendu, ce n'est pas dans la question de la politique sanitaire, d'urgence, où là, les parlements ont laissé court, à juste titre, le contrôle sur le gouvernement, mais c'est maintenant la question essentielle, c'est comment les parlements vont exercer le contrôle sur la sortie et la gestion de la crise économique et de la relance économique. On va en reparler. Et là, c'est l'essentiel. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir en Europe de l'Ouest ou dans l'Europe centrale et orientale, sans faire de division strictement géographique non plus, comment les parlements peuvent reprendre ou ne pas être déforcés par quelques gouvernements qui voudraient aussi échapper à leur responsabilité économique. Oui. Alors, la stratégie des parlementaires de l'Ouest de l'Ouest, c'est l'Ouest, c'est l'Ouest, c'est l'Ouest, c'est l'Ouest. parlementaires, c'est l'Ouest », c'est l'Ouest. etc. Wahrscheinlich ist das Business-as-usual-Wert schon eine ganz andere Situation dran. Ich meine, schon war, dass in der Covid-19-Krise eine Doppel-Responsabilität politisch und institutionell funktionsfähig geht, aber auch Beispielfunktion. Ich meine, das war auch gelungen. Ich meine, das war ganz wichtig für die Welt, die eine ganze Reihe der Parlamentarien, die sanitären, geräumten Betriebe anstellen, und das war wirklich durch, weiter funktioniert, und zum Beispiel, dass Krisen am Sonntag das Gesetz hat geschafft, und auch auf gesetzliche Rolle von Wirtschaft überwässert zu erhören. Diese Beispielfunktion ist gerade so wichtig, da geht es um soziale und gesellschaftliche Responsabilität, wo das schon war. Als Demgang haben wir ein Plenjahr ganz sicher am Respekt vor der physischen Sicherheitsdistanzen organisiert, wobei die Kommissionssitzungen aber per Visio-Konferenz gemeldet sind. Ich denke, da haben wir dann aber größtendeils in der Aufwand während der Plenjahr der Plenjahr werden, was ich selbst verdeelt. Ich denke, das ist immer das an der Scherkel geplündert. Es ist eine gute Entscheidung, dass wir dünnen, dass sichheitsdistanzen von zwei Metern an dem, die erhören, dass alle Plenjahr zu besprechen kommen, dass alle Plenjahr zu diskutieren können. was stimmen, so wie wir das von dem Mandat verlangen. Auch praktisch das ganze Personal von der Schamper, der Inhalt von dem Pueh-Disch am Teletraffail, war weiterhin vollkünftig schützfähig. Dass es darum geht, Gesundheit und die Begründung ab und Personal zu schützen. Wir versuchen es darum geht, ein gutes Beispiel, 40 Uhr an den Schneemassuren zu weisen, dass die Situation aus Echt geholt wird. Das ist die Verantwortung, die politisch weiterfunktionieren, an der gesellschaftlichen Rolle, an der Staat, was für mich eine demokratische Rolle in einem Parlament in der Krisezeit ausgespricht. Ich gehe froh weiter an Isabel Wieser-Liemann und der Scherl Görans, wie es dir da läuft. Wie gesagt, es wird viel mehr virtuell geschafft. Es wird von Christoph Schröder schon annehmen. Es gibt aktuell keine Planungen zu Strasbourg. Es funktioniert ganz viel wie wir hier aufschaffen. Über Zoom. Wenn politisch ist, dann muss man das selbst. Oder geht einfach auf das Informatum, wenn man selber kaffee trinken kann, mit Kollegen und auch politische Dossien zu beschwetzen. Isabel Wieser-Lie hat die neue Realität. Ja, also Plenieren haben ja auch nach Bresel stattgefunden. Als Plenier. Für die echte Plenier wäre ich auch nicht nach Bresel gekommen, weil man wirklich um das Herz gegründet hat, um nicht zu kommen. Dann habe ich mich auch dran. Aber seit ich mich nicht doof wäre, weil sie nicht kommen, es sind noch ein Moment, weil sie mich zu bereistet sind, sie sitzen hier in meinem Büro. Ich werde mal in eine andere Reunion. Ich muss sagen, dass die Präsenz, die physische Präsenz, das ist aber extrem wichtig. Es wäre nicht möglich. Es ist oft nicht möglich. Ich muss sagen, dass eine kleine digitale Revolution in dieser kurzen Zeit geschieht, an die Menschen, die alle gut durchgezogen sind. Aber wenn sie an einer Reunion sitzen, und sie können erst gucken, und sie können eine Mimik sehen, die sie nicht kennen, wenn sie nicht kennen. oder wenn sie nicht kennen, oder wenn sie nicht kennen, oder wenn sie nicht kennen, also das ist einfach nicht tatsächlich. Ich finde, dass das fehlt. Ich hoffe noch, dass das nicht verloren geht. Ich finde es gefährlich, wenn man den Parlamentserven nicht mehr auf Distanz geht. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir alle zusammen sind, wird es auch einfacher, den Namen zu verstehen. Aber das ist wirklich so, wo man nicht kann feststellen, dass es möglich ist, das digital zu machen. Das sind die Negotiationen. Ich habe schon ein paar Texte und negosiert, dass ich nicht gesehen habe, wie ich das können machen, digital. Natürlich, wenn man gut an der Reisung macht, dann hört man das. Aber ich weiß auch nicht, ob man ein bisschen überzieht, dass man nicht auf das Resultat kommt. Ich muss auch sagen, ich kann mich auch anderen Journalisten hören zu sagen, dass sie sich nicht nicht vorstellen können, weil alles, was man für drinnen im Niveau vom Recovery Plan gesucht hat, das ist ja noch nicht durch den Conseil, wo ich von Journalisten hören habe, dass sich aber auch nicht vorstellen, dass die Negotiation kann zu einem guten Ende vorgehen, solange der Conseil nicht physisch stattfinden kann. Ich habe auch noch ein paar Jahre für den Recovery Plan die der Dauer gestaltet hat. Und ein Homeoffice zu schieren, oder Brände auf den zwischenmünsterischen Austausch, mit dem den Wert der Wieser hingewiesen hat. Also, ich bin die ganz einfach betroffen, die wir in der Prisalee. Ohne das wird nicht gegangen, wir haben fertig gesetzte zu machen, dass das kurzfristig gut ist, bei längeren das ist ja absolut ein no-go, privat. Echtens, die nächsten Parlamentarier finden sich an seine Rechte beschnitten. Wir haben alle gut darauf gedacht, dass die Fraktionen manche Menschen am anderen sollen gepräsert gehen. Das hat man auch nicht die Resolution über den Recovery Plan gekriegt. Das ist eine außergewöhnliche Situation, das kann man nicht in einem normalen Leben machen. Es gibt alle Staten, die wird zwischenmenschliche Kontakte über die Menschen relativ schnell an einer Vernetzung an einer Kommission haben sie zu merken, das ist gut. Drittens, wir haben, an das muss ich auch sagen, zum Lauf von den meisten Responsablen, die entweder der Koordinateur sind oder der Präsident der Kommission, ist relativ gut organisiert bei allen Nordele die da wird. Wir sind noch ein Mitglied der Kommission für die Affäre Konstitutionelle. Ich glaube, es ist wirklich so, dass Herr Tajani nicht verstanden hat, dass eine Krise ist, dass er ein Kato an der Kommission muss aktiv gehen, weil alles was man muss beschwetzen, all die Umkrempelungen, die erinnere. Wir sind jetzt Vizepräsidentin in dieser Kommission, Herr Tajani als Präsident, aber wir wollen auch den freieren Präsidenten des Europäischen Parlaments. Ich sage Ihnen noch mal. Ja, mit Herr Tajani wollen wir den Grand Prix Europäen für die deutsche Vergnante geben, also eben den absoluten richtigen Kandidaten. Ich mache die Situation als erst. Die Europäische Union hat viel besser reagiert wie das von ihrer Welt und viel besser reagiert wie das was von der Europäischen Union und nach als das war so, dass das ganz wie wir wollen an normalen Verhältnissen kommen, weil wir haben permanent vernetzungen dran, wo Kollegen müssen Konziliabüllen vorbeibringen, weil Gesetze normalerweise werden gestimmt vorbeibringen. Die Sterne kriegt das in Zoufaltsmajorität und das ist nicht wie ein normaler Parlamentslitzender, ein anderes kein 21. Das wird so. Wir mussten im Europäischen Parlaments alle KS für eine majorität kämpfen. Es ist nur optimistisch dass wir die punkten die Leu-Morto-de-Jur sind oder die Agenda von nächster Zeit das kriegt. Das ist absolut ein ein No-Go auch für die Opposition. Ich meine, das ist nicht gut, von so ein Unanimismus und die längere Zeit undauert. Ein Parlament das darf jetzt diskutieren. Ein Parlament das darf jetzt auf längere Zeit ein Grupp, ein importante Grupp der Opposition praktisch an Vakance schicken. das geht nicht. Ich bin froh, dass überall in den meisten Ländern eine relativ beinormale Situation kommt, wie das ist. Und wenn es so ein Unanimismus hat man die Situation in Lützeburg besonders am März dass man schon eine Union national hatte, mit die auf sanitären Maßnahmen beschlossen und auf den Etat der Krieg. und wenn man über Unterschiede schätzen von der Chamba der Europäischen Parlamentschaft und die Europäische Parlamentschaft ist, dass das Europäische Parlament ähnlich wie die Chamba nicht in einer Majorität liege das. Das ist ja effektiv. An der Chamba haben wir 31 zu einer Majorität und 31 die sind Präsident aber gleichzeitig Mitglied der Majorität. Also sind 31 deputaten und die Majorität sind. Sie repräsentieren die Chamba als Ganz. Und wenn man über die Parlementaire über die Parlementaire in Schweiz hat die Äquation erklärt. Ja, bei der Regierung wird viel voll beantwortet, dass der Parlamentspräsident muss gucken, dass gerade eine Krisenzeit in der Opposition eigentlich stärker stimmen wird. Und ich meine, dafür wurde ich gesorgt gehabt, weil die bedeuten die Problematik von der Kassion Parlementairen aufgesprach, es sind noch nie so viele Kassion Parlementairen gestalten, wie da die Belograt zu dieser Zeit der Fall wäre. Es sind noch noch nie so viele Kassion Parlementairen urgentes gestalten, wie das an dieser Zeit der Fall wäre. Es sind noch noch nie so viele Kassion Parlementairen urgentes unerkannt, wie das nur den Fall wäre. Ich meine, ich könnte auch gleich eine Kassion zu zitieren, aber gleich. Bei der letzten Legislaturperiode 2013, 2018, sind im Ganzen 156 Kassion Parlementairen urgentes gestalten. Allein an der Periode von 2018 bis 2020 sind 71 Frauen urgentes unerkannt, 15 als nicht urgentes. Eigentlich gesagt, in der letzten Legislaturperiode bei 29% von den Frauen, die Urgencen geprüft werden, bei unerkannt, wobei in der letzten Legislaturperiode eher 30% von den Urgencen gekauft werden. Ich möchte noch ein betonen, dass die die größte Oppositionspartei vor langem an der Covid-Period zingfrohen, also urgentes, unerkannt, nicht eng, wie das an der Schammer, so dass die noch zingfrohen. Ich denke, dass die größte Oppositionspartei auf Facebook geschrieben wird, dass das nicht davor ist. Ich denke, das ist die faktuelle Realität. Als Konklusion kann ich wirklich sagen, dass die Opposition wirklich nicht an den Eck gestalten ist. Ich glaube, für mich, Frau, wie sie gedrohen, unerkannt, an einer Krise. Das ist doch normal, dass die Opposition so am Parlament stärkstimmen und das nicht so wie durchgestalten wird, dass der Präsident für die Regierung schafft. Dann holen wir oder gehen wir fairerweise auf den Isabel Wiesler-Lima. Es wird von der größten Oppositionspartei an der Schammer, der Landse, nun mal CSV. Wenn wir auf ein Event hinweisen, dann annonselt man Isabel Wiesler-Lima von der EVP, von einem europäischen Grupp, wie auch den Schärer-Governs-New-Europe und bleibt besser, dass das von der DP hat wie dir auch. Ich losse an Isabel Wiesler, weil du auch die Präsentation von denen zuhören reagieren und auch auf die Kritik, die den Perna Ötchen auf ihrer Partei gegenüber geäußert wird. Also, wenn du wirst, ich verletze mal ein bisschen deutlich, dass nicht die größte Oppositionspartei, dass die größte Partei am Parlament zuletzt. bei weitem die am meisten Deputaten heute. Aber ich fand wirklich, es lohnt sich eine große Polemik an einer anderen Nahrungssetzung. Es sind Europadeputaten. Ich fand, dass die Tattooen nicht mit dem Parlaments mit dem Lützebüchen und nicht mit Europadeputaten. Wann ich richtig weiß, dass die Polemik entstehen, weil verschiedene Frauen die Gestalt gesehen, nicht als urgent unerkannt gesehen, obwohl sie wirklich genau mit der Pandemie zu denen zu obwohl sie genau mit der Pandemie zu gestalten. Das ist auch eine Frau, die über Taskforce über die Pandemie gestalten hat. Wirklich dezent, myologisch geschwäht von der Kontrolle des Parlaments. Ich verstehe, dass die Frauen da als Urgent unter CSV unerkannt gesehen haben. Ich muss sagen, dass es schwierig ist. Es ist schwierig zu verstehen, dass eben der Präsident der der Schamber nicht so gesehen hat. Aber ich möchte sagen, dass die Schamber ein debat organisiert mit den Deputaten des Parlaments, weil das lebt auf diesem en Gebiet. Ich gebe aber nicht umgehend effektiv auf das kommen, weil wir die sind beschwägt von der Wichtigkeit der Parlamentarier und der Majoritäts- Parlamentarier und der Majoritäts- Parlamentarier. Ich habe gut dem Philippe Quarier für Droneau gesehen, dass die Majoritäts- Deputaten immer mehr zu einem Sprachraue auch von der Regierung ging. Das aber nicht muss sein. Das ist eine Obligation. Ich kann mich erinnern und französische Deputaten von einer Majoritäts- die wirklich hier aufhören gehen, die nicht immer hundertprozentig mit der Majoritäts- zusammengegangen sind. Wie wäre man, wenn man den Figuren in Amerika im Moment hätte? Ich muss sagen, dass die mit dem Metronau nur zu lauschen, wie das geschwört wird. Voller Bewunderung. Wenn ich mal erlebe, schon den Herr Görans an Zeiten hören, die nicht unbedingt an der Majorität gehören. Aber wenn ein Parlamentarier hält, muss auch ein ist, dass die Partei oder der Minister immer nicht in einer Linke. Europäische Parlamentarier Europäische Parlamentarier Philippe Poirier, ist dass der Europäische Parlamentarier liet als der des Mitglieds ist wirklich etwas zu dem Parlamentarier? Moderna Europäische dass der Europäer Parlement ein Worteil-Untertitelung weniger Partisaner ein Worteil-Untertitelung in einem Parlament national. Nein. Die Statistiken zeigen, dass wenn man auf den Verts-Untertitelung des Verts-Untertitelung, man muss die meisten Zeit die Worteil-Untertitelung des Verts-Untertitelung und wenn man auf den Verts-Untertitelung der Europäischen Union, man muss die Partis-Untertitelung wie man die Disziplin des Verts-Untertitelung im Bereich der Chambre des Dämpfors, wenn man ein Mitglied des CSFA oder ein Mitglied des Socialisten. Die Frage ist, dass man die Disziplin des Verts-Untertitelung des Verts-Untertitelung. Also, auf ein paar Worteil-Untertitelung, auf eine bestimmte Ansätze, wenn man eine Städte-Untertitelung auf den Parlament, kann man eine Disziplin des Verts-Untertitelung des Verts-Untertitelung des Verts-Untertitelung wie man in einem Parlament national. Par contre, es ist auch ein paar Worteil-Untertitelung von der Zusammenarbeit zwischen den Gruppen des Verts-Untertitelung des Verts-Untertitelung. Es ist auch ein paar Worteil-Untertitelung und das Qualität der Worteil-Untertitelung der Länder mit der öffnung und die Europäische Verts-Untertitelung und die EU-Untertitelung wäre eine totalen Exception. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass im Klimat der Krise des Corona-Virus haben wir einige Tards von unserem Parlamentarismus, einige Tards, die können und die sind manchmal korrigiert. Ich sehe hier zwei Tards. Der erste Tard ist, dass die Opposition durch die Krise ist quasi inexistent, oder quasi inexistent, weil die Krise so stark ist, dass sie keine Krise hat. Sie werden vielleicht so aus der Krise, also aus der Krise, oder aus der Krise, oder aus der Krise, oder aus der Krise, für die Krise, einfach zu existieren. Also, der Debatte über die Krise urgentes, in Luxemburg oder in anderen, zeigt, dass der Nächste, die Opposition existiert. Aber der zweite Tard ist, wir haben gesagt, die Krise des Gäuvernements. Das ist, dass die Gäuvernements oder die Exäcutiven profitieren vom Coronavirus noch mehr, um noch mehr zu stärken, die Partisane des Disziplines auf der majorität. Und da, das ist nicht sehr gut für die Gäuvernements, auf kurz oder moyen. Denn wenn sie zu viel, wenn sie zu viel, die Partisane des Disziplines auf der Politik des Rennsteck, die Ökonomik, etc., dann muss man auch, dass man auch die Vögel kritik in seiner eigenen majorität. Und da, da auch, die Parlements Nationen und Parlements Europäens sind inégaux in ihren Funktionen, bei denen zu ihren Exäcutiven. Ich hoffe, dass sie klar sind. Wir sprechen jetzt über die Stratégie der Krise der Krise, weil wir sprechen von der Krise des Rennsteck. Und wir versuchen, dass die größere Krise der Krise der Krise zu Ende ist. Und wenn wir schauen, von der Exäcut-Strategie der Krise, ich sage, ich sage, für das Parlament, da fängt man offen mit dem Europäischen Parlament. Und, wie kann auch das Europäische Parlament, ich finde, das ist auch nicht so, dass er als Vizepräsidentin von der Kommission des Affärens- und Konstitutionell, wie kann das Europäische Parlament römer wie die Normalität haben, also für das Europäische Parlament mehr einfach, oder vielleicht wie das für den Nationalparlamenten? Also, wenn das Europäische Parlament funktioniert, das ist, das ist, wie das Nationalparlament. Und, Herr Poirier hat recht, an das Nationalparlamenten, da haben wir klivage, majorität der Opposition, die in der ganzen Legislaturperiode normalerweise den selten bleiben, was am Europäisch Parlament nicht der Fall ist. Wir haben die klivage. Wir wollen eine Koalition zwischen der PPE, S&D, Renew, und zum Teil auch mit den Kringen. Das können wir hauptsächlich im Personalbesitzung. Es gibt ein Programm, aber dann noch, da fällt die Koalition aus der Nähe, und sie können damit zum Teil der nächsten Präsidenten des Parlaments gewirken. Was am Europäisch Parlament erinnert das? Das ist, dass das nicht, dass die Antiteits mit Parlaments selber Synthes. Und Synthes merken das enorm wichtig, wenn ich sagen, ein Kontrollenskrieg. Und wir haben das gesehen, nur bei der Resolution über den Plan der Relanz. Das Europaparlament hat es fertig gebrochen. Praktisch von den Fraktionen rundherum durchzukriegen, an der bei den terrible Kommunikationsschwierigkeiten die wir hatten. Es hat an den einzelnen Fraktionen ganz lang diskutiert, wie wir können machen. aber es ist auch in Berlin wenigstens, dass wir da rauskommen als der Plan der Relanz von 2.000 Milliarden. Überrasch, dass das gleich wird, an dieser Stelle ist das nicht gesperrt. Jetzt hat das Europaparlament auch einen treibenden Motor von der Diskussion über die Zukunft für das Europäische Parlament für eine Konferenz über die Zukunft von Europa zu kriegen. Das war nicht noch mehr in dieser Legislaturperiode. Was noch mehr thematisiert ist das wir sprechen über die gemeinsame Industriepolitik. Wir sprechen über die gemeinsame Defenspolitik. Das war so selbst, dass es kaum über die Regierung von der Militärausgang aus Lützeburg war normalerweise eine Diskussion die heute aus Seelen über den karikatoralen Charakter rauskommt. Wir sprechen über den Relanzpaket, weil das ist die Zukunft in der Diskussion im Parlament. Eine Handelspolitik wird nur dieser Legislaturperiode nicht im selben Sinn befiedert. Wir sind eine Wertegemeinschaft in der Europäischen Union. Die Wertegemeinschaft funktioniert gut an normalen Zeiten, aber sie muss auch können bewähren, wenn einzelne Länder österreich sind. Da bewährt es sich nicht. Also eigentlich müsste man auch entweder den Trait selber gehen. Das können wir ändern, wenn wir d'accord sind. mitnehmen. Oder wir müssen fertig bringen, dass wir eine Konditionalität bei den Mamba-Staaten können die Gelder, die sich erst mal europäische Budget kriegen, so gestalten, dass sie ihre Aufgaben müssen auch kommunizieren, und die kommunikation respektieren nicht an konflikt mit den Werten der Europäische Union immer haben. Das ist jetzt ein Moment. Kein Lesung für Ungarn und Polen. Das ist ein Teil von Respekt von den Wertungen der Europäische Union. zu schaffen. Ich meine, dass wir an die Konferenz von Europa sehr wichtig sind. Ich meine, dass wir die fünf Punkte entsprechen noch dem, was die Europäische Union erwarten. Es geht ganz den Europäern auf die Obtaktoren an europäischen Institutionen. Ich meine, wir haben eine Chance bei dem ganzen Medien, den die Covid-19 Pandemie heimat sich bringt, dass das nicht mehr eine Krisen sei, aber nicht mehr dann die Europäische Union sich zusammen aufsteht, sich eine gemeinsame Linie zu kommen. Das ist aber nur schwer zu sein für den sechs Menschen undenkbar. Der Europäer hat eine Kontributie von der nationalen Geld unter Europäische Union. Also der Konferenz hat gewonnen. Die anderen von den garantieren die von den Südländern. In Norden Südländern und und Norden Norden Norden. von den ganzen Partei-Entwicklungen, was das doch alles ist. Ich stelle fest, dass wir ein positives und eine positive Dynamik haben, die die Krise mit dem Motto sprengt, Isabelle Wiesler. Wir sehen uns am Arbeitsgruppen, am Parteigruppen der EVP, zur Konferenz für die Zukunft von Europa, die Lektion von Charles Gürbens, die ist effektiv, eine Opportunität, das sachneutral zu bringen wird, an normalen Zeiten ebendet werden. Sie müssen es sehen, Sie müssen es ganz klar sehen. Wir sind noch, das ist ganz schlimm, wir kommen und es lohnt sich zum Anfang zurück, denn die Suche, die wir da haben, weggehen wir die aus, weil sie sind am Anfang die Suche, die sie lernen, Politik zu machen. Und Charles Gürbens wird schon eine ganze Reihe genannt. Ich möchte noch dabei setzen, dass man ein Klug gibt, dass man auch eine gemeinsame, zumindest eine Teil der Gesundheitspolitik braucht, dass man die Recherchen müssen zusammen machen. Und ich fand es auch ganz wichtig, dass man die Sicherheit genannt hat. Das ist die Sicherheit. Die Platz die Europa an der Welt hoort, ist nicht mehr die diese Weg. Was man noch will in eine Rolle spielen, auf dem Niveau von der Sicherheit an der Welt, muss man gucken, dass man auch diese Recherchen an dem Domein steht. Und auf der Rest ist die eigene Sicherheit. Muss man gucken, dass das geht. Da wollen wir schon noch zurückkommen, und auf welchen Scherl-Gürbenselow gesucht wird, weil es vielleicht auch von Anfang an so klar von der Kommission gesucht wurde, dass ein Zuschuss für verschiedene Gelder nimmermehr wird stattfinden, wenn die Länder auch den Respekt vom Etat des Drei anhellen. Und nach ganz spezifisch von der Konferenz zur Zukunft von Europa, die wir hier vorbereiten, ich fand es extrem wichtig, dass wir das machen, dass an allen Legislaturperioden fängt man effektiv dieselben Prozessen an. Aber ich meine, dass wir nicht die Länder kommen, wir müssen uns immer nicht die Gedanken stellen, wenn wir über zwei gehen, und wie bringen wir weiter, so effektiv die Menschen zu sehen. Ich muss sagen, dass ich mehr Personen wünsche, dass wir ein Tritt gehen können, an dem wir die Fundamentale verbessern. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass die 27 Nationalparlamente die wir noch ratifizieren müssen. Und ich weiß nicht, ob Europa sich das an diesem Moment kann leisten, für einen durchinstitutionellen Streit an den Mittelpunkt zu setzen, wo wir so viele Änderungen haben, die wir machen müssen. Par Konto denke ich, dass wir mit dieser Konferenz sollen gucken, dass wir alles rauschöpfen, was wir können, aus dem Treti, vier zu gehen. Das hat mich auch am Anfang von diesem Thema gesagt, das wird am Anfang nicht denkbar gewesen für eine gewisse Zeit, mit dem Recovery Fund, den wir vorhin gesagt haben, und mit einem Entrain, den von der Seite von Europa gemerkt haben. Das wäre schon so, und es sind wirklich ganz optimistisch zwischen, wenn wir mit dem, wie richtig gesagt, die Gelegenheit absolut nicht verpassen. An die Gelegenheit, ich fahre noch örtchen, geht es auch für die Schamber, es geht fundamentale Entschädungen an der Europäische Union, die ja oft nicht mehr mit dem nationalen Legislatur, der zu mir auch im Anfang beschwert wird, dieser, weil wir sind auch hingewiesen. Wie ist die Exit-Strategie aus in der Schamber? Kommt man einfach auf Normalität oder geht es auch für die Schamber eine neue Dynamik? Ja, ich meine, das ist so, wenn Sie reagieren von dem, was wieder gesagt hat, ich meine, dass, so wie Philippe Poirier gesagt hat, dass eben auf die Konstitution zu lösen wird, unmöglich ist, dass die Konstitution, ich habe viel gesagt, das Parlament, unabhängig, als die Regierung, auf dem Weg nicht, noch nie so stark kontrolliert, wie das sind. Und ich denke, im Herzen Fall, der Dialog zwischen dem Parlament und der Regierung, also permanent, wenn, das Parlament, guf ich geholt, und zu keinem Moment wird das Parlament ausgeschlossen. Die Regierung wird schon auch wieder informiert, dadurch Deklarationen gegeben, es wird doch genug gelasht. Für den Blick nur vier, geht mal um Taxi-Strategie. Also, warum machen wir Taxi-Strategie? Das ist mal das, wo ich am 40. muss sehen, die Ausrufe von Krisenzustand, wer kein einfacher Moment rauskommt, als nach Meischweier. Ich glaube, da war zu Lütze, wo ich aber in ganz außergewöhnlichen Moment versuche, nämlich schon Wochen, bevor sie überhaupt, den letzten Freitag, Postkrisen, Gesetzestexte, geposiert wird, ganz eng, was das schon immer geschafft, hier zu gucken, auf welche Richtung im Moment der Krise soll gehen, war das schon so, dass der Virus auch im Moment der Krise am 24. Juni auch da wird, die Krise zu besuchen, die auf der Basis vom Artikel 32 von der Konstitution, also vom Militär der Krise geholfen, die verfallen nur spätestens, nur drei Minuten automatisch. Pro was nur, mit Regierungen weiterhin, kann man sie hören, zum Beispiel eine Person in Quarantäne setzen, weil sie das Virus holen, dafür, dass sie andere nicht ausstürzen, und das, auf einer soliten gesetzlichen Basis, und das auch nicht fundamental, Rechte zu verstößen. Ich meine, das ist ein Drohtziel, als der Moment an der Schomba am Gangen, bei Gemeinden zu gehen, und das wird an der Schomba gemeint, mit der Majorität, mit der Opposition, an der Regierungen zu suchen. Ich meine, die Opposition, an der Majorität, die für den Aufwand und die Regierungen unterstützt, für, wie hier an der Marsch, für Zeichen, sehr wichtig zu werken, und die Sonnenheit für den Gold, eurerlich an aufweichend, bei denen umzugehen, und so wird das Parlament als ganz, und das ist eine Majorität, die auch zu diesem Moment an der Regierungen machen, hat diese Strategie gut gelegt. Philippe Poirier, wenn er noch beherrscht, wenn er noch etwas ist, soll, Herr Beinhard, Herr Schöntz. Excusez-moi, pardon, si on écoute le Président de la Chambre des Députés, Herr Schöntz, on constate bien qu'il y a beaucoup plus de, comme vous y avez fait allusion, plus d'ambiguïtés et de difficultés pour le législateur national, contrairement au Parlement européen aussi pour cette sortie de crise, mais je veux revenir aussi à ce que Charles Göhrenz et Isabelle Wiesler ont fait allusion que cette crise est eine opportunität für die Parlement, aber auch für die Europäische Union, für ein Plan de Relanz und eine Politik d'intégration die vielleicht nicht imaginable vor dieser Krise. Ist das eine Lekture die Sie in vise de conclusie? Sur die Initiative prises auf die Europäische Commission, der Europäische Conseil, und auch der Eurogruppe, wir sehen sehr nett, dass wir quasi nicht erforderlich die Union, aber zu entwickeln neue Dinge, die fast inimaginable oder inatteignable vor der Krise des Coronavirus. Die Idee, dass die Europäische Union in seinem Namen zu erinnern, auf die internationale eine Partie des Etats, war eine Sache, die sich bloßt in den Nächsten zwischen den Etaten. Hier auch, ich beantworteile einen zweiten Punkt, die ist, dass der Corona-Virus, ist, dass die Europäer citoyens sind viel mehr in avance in ihren Wissen der politik kommunen oder der politik d'intégration als die politikationen politikationen, voire auch die Institutionen der Europäischen Union. Die Anquälte d'opinion vor Corona-Virus le montraient sehr klar. Und das ist eine interessante Frage. Es gibt eine Art von der politikationen zwischen den Städten der politikationen, den politikationen, den Europäischenen, und den Institutionen und den Städten. Das ist vielleicht, dass diese Krise verabschläger wird, und die politikationen, die politikationen, die Europäische Union beurteilen, die Europäische Union, viel mehr als die politikationen, als die Städten, die Städten, wobei sogar die Institutionen. Die dritte Sache, die Europäische Union, kann sich diese Krise ausfüllen, aber auch die Städten, wie die Städten, die die Städten, die sie bedienen und sind efficazen. La légitimité d'un système politique, de ces institutions, repose sur le fait qu'à partir du moment où la situation économique, la situation sociale, la situation sanitaire soient stabilisées ou ne tombent pas dans une crise effroyable. Et là, et tout l'enjeu justement, personne ne peut dire exactement ce qu'il va devenir d'abord de l'ampleur de la crise et de ses conséquences sur la légitimité de toutes ces institutions-là. Et puis, je dirais un dernier point, très rapidement, c'est que si les Européens, quelle que soit la formule qu'ils se saisissent, soit une plus grande intégration dans certains domaines, soit une plus grande forme de coopération dans d'autres domaines, s'ils ne se saisissent pas de cela, les Européens seront des acteurs de second ordre au niveau mondial. Et là, il faut que les Européens, quel que soit leur positionnement politique, le comprennent bien. Nous ne sommes que l'extrémité d'un grand continent et que l'Union européenne, même si elle a beaucoup d'atouts, si les États membres eux-mêmes ont beaucoup d'atouts, il n'en demeure pas moins que le monde s'organise d'une autre manière parfois sans l'Union européenne. Et donc, les Européens doivent vraiment se ressessir dans la difficulté pour pouvoir peser sur la marche du monde et aussi continuer à faire l'originalité de l'Union européenne qui, comme l'a rappelé Mme Wiesler ou M. Guérard, repose sur l'État de droit, sur la conscience sociale, sur d'autres aspects. Si nous ne nous saisissons pas nous-mêmes de la chose, personne ne le fera à notre place. On a fait une mise en garde avec laquelle vous rejoignez les arguments de Charles Gohrens et Isabelle Wiesler-Lima. Je vais continuer ou conclure en luxembourgeois. En ce qui concerne tout le monde, je vous remercie de votre aide à l'AESA et à vous de l'aider sur Facebook. Merci à vous, Philippe Poirier, d'avoir pris le temps avec certaines perspectives dans un contexte plus européen et plus global. Merci à nous, Charles Gohrens et Isabelle Wiesler-Lima. Je vous remercie de tout le monde pour les parlementaires et les membres de l'Union européenne pour le plan de relance de l'Union européenne. et merci à vous, Philippe Poirier, pour la suite de l'Union européenne pour le plan de relance de l'état. als Hölfe an die als Füge in Pia zu bereden, den Marco Jüsch, den am Hannergrund, den ihr nicht gesagt habt, aber ganz viel Schaft am Hannergrund und als Regie aus Führerjad. Zu guter Läsch, natürlich auch ein Merci von RTL und RTL-Elu, die auch ein Eisendebat gestreamt haben. Ich kenne jetzt Rendezvous für nächste Woche, nächste Freitag, wo man dann, unter anderem, beim Tourismusminister Lex Dallas, beim Tilly Metz, und am Nachgang werden Auswirkungen zu einer Covid-Krise auf dem Tourismus in Füllezbüch und in Europa bespürzen und wie gesagt, für die Haut konkurrieren wir an so eine Schmerz. Merci, ich habe noch einen Tag noch. Merci, ich will es mir. Merci.